Es war einmal in einer Brettspielfabrik. Willkommen zu dem Hans in Glick Brettspielhersteller. Wir machen viele Brettspiele, aber nicht jedes Spiel. Unsere Brettspiele sind die besten der Welt. Ach, jetzt kommt unsere Lieblingsarbeiter Hans. Hans sieht uns, wie du arbeitest. Ich setze dich vier Stücke in den Box und das ist alles. Hans macht viel Spaß im Arbeitsplatz. Es tut uns leid, aber du musst heute weggehen. Wir sind traurig, aber wir müssen dich bezahlen. Wir haben nicht so viel Geld, so wir müssen dich in Brettspiele bezahlen. Hans, gefällt das dir? Wirklich? Sie haben kein Geld? Ja, das stimmt. Wir sind fast in Bankrupt. Schade. Ja, ich kann das voller annehmen. So Hans war auf seinem Weg. Aber er hat so viele Brettspiele, dass er nicht wandern konnte. Oh nein! Plötzlich erschien ein Brettspielfreak auf einem Fahrrad. Hallo, du da. Du siehst aus, als du ein Fahrrad brauchst. Was hast du in deinen Armen? Ich habe ganz zu viel berühmte Brettspiele. Ich kann alle diese Sachen nicht tragen. Ich liebe Brettspiele. So ein Zufall. Wenn du willst, kann ich dir mein Fahrrad für deinen Brettspieler tauschen? Das ist ziemlich unfair, aber ich nehme an, dass ein Fahrrad gut fährt. Aber ich kann nicht jedes Brettspiel halten, während ich gerade fahre. Wie klingt das dir? Das ist mir ein bisschen schwer, aber ich kann das... Gute abmachen, danke. Ausgezeichnet nicht. So viele berühmte Brettspiele. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich ein Fahrrad. Und so führ Hans mit seinem Rad einen Abstand, aber es war nicht so lange, bevor es kaputt war. Ach, das ist mein gutes Glück. Mein Fahrrad ist schon kaputt. Versuch es machen. Was hast du da? Mein neues Fahrrad ist jetzt kaputt und ich habe keine Beförderungsmittel, womit ich nach Hause gehen kann. Es tut mir leid. Ich kann das nicht jetzt reparieren, aber ich kann dir ein paar Schier für dein Fahrrad tauschen. Okay, ich glaube. Ich muss etwas für Beförderung haben. Darf ich die Schier sehen? Ja, hier sind sie. Guter Austausch. Die stehen mir gut. Und so ging Hans an seinem Weg mit seinen neuen Schier. Und so ging Hans an seinem Weg mit seinen neuen Schier. Als du sehen kannst, hatte er eine schwere Zeit, weil er mit den Schier auf dem Rasen kämpfte. Das schaffe ich nicht. Ich muss etwas anderes finden. Aber wer möchte jetzt Schier? Wenn man vom Teufel spricht, hier ist ein Schiefrick. Ich mag deine Schier. Was kann ich dir für sie tauschen? Hast du etwas mit Trädern? Ich habe diese Rolle zum Tauschen. Willst du sie? Ja, das passt mir viel besser als diese Schier. Und so ging er mit seiner neuen Rolle. Aber es ging nicht so gut auf dem Rasen. Ich habe diese Rolle. Ich habe diese Rolle. Endlich hat Hans erst kapiert, wie man mit Rolle geht. Ich habe diese Rolle. Ich habe diese Rolle. Ich habe diese Rolle. Ich habe meine Haare und ich habe angefangen. Ich hab ihn ab. Glücklich war Hans angequatscht. NOOOOOOOON! Schade, er hat meinen Roller geklaut. Guck mal, ein Stock. Ich kann das nützen. Ach, Schnitte, das war mein Living-Stack. NOOOOOOOON! NOOOOOOOON! HALA HUGAKBAR! HALA HUGAKBAR! Ach, guck mal. Ich bin's schon zu Hause. HALA HUGAKBAR! DICH BESELEN! BESAALEN! BESAALEN! DICH BESAALEN! BESAALEN! SPILE BESAALEN! Okay, you're in the way. Am I? Yeah. That's good enough. Yeah, this doesn't need to be Hollywood. Go ahead. Okay, here we go, here we go. Okay. HALA HUGAKBAR! HALA HUGAKBAR! HALA HUGAKBAR! HALA HUGAKBAR! Kill it. Go! Jordan! Speak! Shoot, I don't even know how to do this. We're filming a skit for German. I was just, that one. I got lots of zoom on this thing. Keep going. It's coming off. Get off the road, Jordan. Jordan, stay there. Stay there. Stay there. Jordan, stay there. Okay, come in. Come in. Here is a she-freak. She-freak. That's you, Jordan. I like your skit. What can I do for you? Hans, do you have something to write? She-freak. You. I have this roller zoom to write. Don't look at the camera. Look at Hans. Hans. Yeah. That's better than this skit. It's a lot. Yeah, but go. And the narrator. Then you guys. Transaction. Right away, right away, Hans. That's because of the wheel stick. That's later. We already did that. Is he dead? Yeah, he is dead. Hans, say something. Jesus, this roller. Jesus, this roller. Ha! And that's it. It's done!